Und damit herzlich willkommen zurück zu Saints Row 4, zusammen mit dem Illyria in der 31. Folge. Ne, es geht einfach nicht, ich kann dich nicht mehr angucken. Es geht einfach nicht mehr, sorry. Ihr habt es anhand des Titels gelesen, die Zuschauer. Ich wurde Hiskis Albtraum. Ja, nur bei dir. Hier, guck dir meine Nippel an. Hat da vielleicht ein Licht drin, das ist vielleicht ein bisschen effektiver. Aber hör mal, das musst du dir bei mir mal angucken. Dein Rucksack, der glitscht sowas von, das glitscht sowas von durch mich durch. Ich, du stehst bei mir nicht mehr genau genug dran. Ich steh direkt hinter dir. Ja, und nicht nah genug, dass der Rucksack dich berühren würde bei mir. Selbst wenn ich weiter weggehe, glitscht dein Rucksack durch mich durch. Ja gut. Wir helfen einfach, Isha. Der glitscht ja sogar durch dich hindurch. Na okay, bei dir. Was könnte Isha vor uns bereit haben? Dass sie Spaß nennen könnte. Das und viel mehr in der nächsten... Ne, in dieser Fall keine Sorge. Diese Witze macht jeder viel zu oft. Viel zu oft. Alter, ich bin in diesem blöden Hausvordachfest. Mit dem Spiel? Ja. Wie, ja. Ich ging gar nicht ins Hausvordachfest. Mit dem Spiel? Ja, und im Spiel? Im Spiel nicht. Ich bin ja wieder raus. Was? Und das ist Spaß. Eskorte. Oh, ja. Oh, ja. Na dann? Konnte nicht einsteigen. Ja. Ich kann gar nicht einsteigen. Wieso geht das nicht? Jetzt geht es. Das ist unglaublich, ja. Ja, ne? Schlimm. So ist der Mark. Du bist jetzt auf der Klienten Zeit. Du machst, was immer braucht, um zu tun. Hups. Okay. Wir müssen tun, was der Klient von uns will. Ja. Hui. Dafür fahren wir kreuz und quer. Ja, ich versuche... Und du hängst fest. Du hast den Wagen schon geschrottet. Guck dir mal, wie... Wir können neu starten. War es verkackt. Das hat jetzt keiner gesehen. Das sollte man nicht... Ich... 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 Als VIP gescheitert. Also Lyria ist schon... Das ist... Oh Gott. Du willst doch mal entscheiden. Nö. Das Spiel kann sich nicht entscheiden... So. Jetzt aber. Kannst du, was immer noch getan haben. Was? Der Lyra hat das Spiel immer noch verpackt. Ich kann nichts dafür. Ihr könnt die Waffe aus dem Finale immer noch benutzen. Was? Ich kann nichts dafür. Ich hab die Funktion einfach. Huiiii, da fliegt der Bus. So, na dann. Das ist eine Serialbox. Du musst nicht deinen Preis wählen. Hey, hey, sieht der Typ da oben? Sag mir, ist er eine Gefahr? Ich weiß nicht. Es ist dein Job, zu wissen. Du musst jetzt entscheiden. Geh ihn raus und möglicherweise töten einen innozenten Menschen. Oder lass ihn gehen und potenziell deinen VIP in mortal gefährlich. Jetzt bin ich die Rezeption. Okay, zurück in den Auto. Oh, okay. Ach, das Auto. Wieso bin ich im falschen Auto gelandet? Ja, dann fährst du jetzt mal. Ja. Ja. Genau, absolut. Potenziale Gefahr sind überall. Oh, ich bin glücklich, dass du das so ernst nehmen möchtest. Ist MI6 wirklich auf die TV-Korrespondenten auf Shopping-Trips? Prüher zu MI6 haben wir die Kinder überprivilegte. Die Kinder von foreign dignity ist auf der Multiplikation. Alter, will ich das Auto helfen? Oh, ja. Anyone I know. Hallo, fährst du mal richtig? Ich kann kaum steuern. Ich kann kaum steuern. Wo müssen wir auch hin? Keine Ahnung. Ich hab irgendwie die Orientierung verloren. Ich glaub, wir müssen da ein. Impressive. Ja. Nein. Nein. Ich hab keine Ziemarkierung mehr, die ist weg. Oh, okay. Du gehst zum Waffen-Shop. Oh, okay. Oh, okay. Oh, Gott. Ah. Wieder keine Fähigkeit. Ah, ich liebe diese Missionen so gut wie gar nichts. Immerhin haben sie Lösungen gefunden, dass man selbst ohne Kräfte hochkommt aufs Dach. Ja, das schon. Wenn auch nicht alle. Hallo. Schiebe Wache. Was machst du? Pretendst du zu schütteln? Du bist einfach Angst, nicht wahr? Ich weiß nicht. Ich bin meistens zu beschäftigt, dass ich großartig bin. Endlos-Munition. Aha. Dann. Wir kommen jetzt raus. Alles klar? Blue skies und hummingbirds. Komm jetzt raus. Und, 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 und. Snipers! Shit! Du sagst, wir waren klar! Ich dachte, wir waren! Ist das Domat? Was ist denn rechtlich unterliegen? Ja, ich mach rechts. Ich hab nicht schnell den Weg genommen. Ich hab nicht schnell den Weg genommen. Du bist runtergesprungen. Ach, jetzt darf ich die ja... Du bist runtergesprungen. Kommst du? Mache. Jaaa. 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 Also kann sich meine Charaktere mal entscheiden, wo sie einsteigen wollen? Okay. Nirgend so. Okay. Ich hab noch unendlich Scharfschutz-Munition. Cool. Hier comes trouble. Ich mach die lieber hier. Ich mach die lieber hier. Ich mach die lieber hier. Jaaa. Jaaa. Wie ist... Nur rein digital erstellt. Ich glaub, die kann keiner haben. Aber trotzdem. Viele Soundtracks sind rein digital. Ja, das stimmt natürlich. Deswegen. Sehr hart verwirrt. Aber egal. Passiert. Ziemlich, ja. Wir fahren, fahren, fahren. Wer mag Ampeln? Weg damit! Was? Geh in Deckung? Okay. Ihr geht sterben. Achso. Dahinter. In Deckung gehen. Okay. Bin in Deckung. Schiebe Wache. Wen soll ich schieben? Soll die Wache wegschieben? Okay. Wow. Du gehst wirklich raus mit ihm. Jaaa. Jaaa. Matt! Bitte, bitte, dich etwas zu schieben. Matt! Oh, ist er nicht antwortet? Schell. Ich muss ihn auszulich. Ich habe ihn auszulich. Zinnjack, du rohierst. Oh. Immer mit der Vulgarität. Anywho. Ich habe etwas Spaß mit diesen... ...minderungen gemacht. Weg mit mir. Hold on. Ich bin in ein Verschwitzungsgericht. Ich brauche... ...niemeer! Warten, bis das Rettungsratzeug da ist. Wir sind ja auch das Rettungs-Trupp. Nicht ohne Superkräfte. Und vor allem mit Leuten, die Superkräfte haben. Ja. Ah. Sie sind zwar rechtlich, wir sind ja noch das Rettungs-Trupp. Da ist was dran. Achso, ja. Mach's mal bitte. Danke. Bitte. Oh, Fakitos! Okay. Oh, gehört gar nicht zu uns? Nee, der Hubschrauber gehört nicht an uns. Abends Auto! Meins. Na dann, kommt rein. Komm, Ruh. Dann weg hier. Okay, ich wurde irgendwie gleich zurückgepackt. Ja, das habe ich auch gesehen. Ich bin ja schnellst auf diesem Plan. Wie viel Gänge hat der Wagen eigentlich? Geht ihr doch mit? Da? Ja. Das kommt vor wie das Fahrzeug vom A-Team. Das hat der Wagen nicht ginge. Jetzt habe ich keine Gangsschaltung mehr. Okay, we're here. One more, one more, we're feeling. Genau. Noch einmal mit Gefühl. Oh, ein Geschenk. Ich habe aus dem Ding geschossen. Die Katze! Schieß gerade endlos. Jetzt nicht mehr. Oh Gott. Ja, Quatsch. Ja, wie sollen wir jetzt dagegen ankommen? Wir können keine Schilder zerstören ohne Kräfter. Super Cat. Ja, Super Genki ist das jetzt. Ja, Super Genki ist das jetzt. Geh weg! Ich bin hier. Ich habe gar keine Fähigkeit. Da war ja was. Hau ab! Geht doch. Aua! Ja, okay. Sie auch? Ja, jetzt geht's los. Bäm! Ich bin sauer! Ich bin sauer! Aua! Der ist tot. Hey, wo ist der? Gut! Noch mehr Feinde? Nö! Aua! Eshers VIP. Geschafft! Geschafft! Ich muss noch nicht nachzureden. Zeichel aus dem Trainer hat Bonusgeld. Und... Ah, kurz vor 45. 25% Bonus-IP. Super Vergleiter Esher. Esher ist ein super Geheimagentin. Siehst aus blablablabla. Fahrzeug Genki. Yay! Genki-Fahrzeuge. Juhu! Wer braucht so'n Scheiß? Genau. Aber... Ich würde sagen... Jetzt den beiden Loyalitätssachen? Ich weiß nicht. Ja, die nächsten beiden Folgen. Du meinst, wir machen jetzt Feierabend? Jep. Das war's mit der Folge. Vielen Dank für's so sehr. Falls ihr euch ein Part gefallen habt, lasst doch ein Like da. Schaut doch bei dem lieben Illyre vorbei oder halt ihn bei mir. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Stereo! Ihr habt's gehört, liebe Zuschauer. Das war's für diese Folge. Wir hoffen, ihr habt einen Spaß genauso wie wir. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Tschau, Leute. Tschau, Leute. Tschau, Leute! Tschau, 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 tschau. Ich bin auf dem ohh... Tschau, tschau. Vielen Dank.